Wir haben den Turnfest Flashmob gesehen, das ist ein Tanz, den alle hier tanzen können. Den haben wir gelernt und tanzen wir alle zusammen. Reach for the Sky heißt das Ganze und wir tanzen einfach, haben Spaß. Ganz viele Leute kommen nach Berlin, um zu tanzen und ihre Sachen zu zeigen, was sie gelernt haben. Flashmob macht Spaß, ganz viele Leute kommen zusammen, tanzen und einfach, dass die Leute zusammenkommen, sich verstehen und Spaß haben, das ist das Wichtige dabei. Bis zum nächsten Mal.